So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Ich war heute schon unterwegs, habe schon mit einer Forschung angefangen, danke nochmal an Gelber Deadpool dafür, für das Ticket, die 6 Euro. Gleichzeitig die Frage, wer hat mir bitte das Raid Day Ticket von Hisui Admurai geschenkt? Ich habe irgendwie keine Benachrichtigung bekommen, ich habe nur gerade im Boiler gesehen, dass ich zwei Tickets habe. Das von Gelber Deadpool, für die Dezember-Forschung da, mit Kaumalad. Und das Raid Day Ticket habe ich auch, ich weiß nicht woher. Bitte melde dich, ich muss doch dann meinen Buddy benennen, wenn ich dann das Video und so und alles und hin und her und keine Ahnung. Und ich möchte mich natürlich bedanken im Community-Tab dafür. Jetzt habe ich heute schon meinen Community-Raid gemacht mit Regi-Rahmen, wir haben den begrüßt. Alles super, ich habe gedacht, das kann heute mal im Hauptaugen stehen. Aber was ist, es ist schon wieder was angekündigt worden, ich verstehe es halt nicht. Wir haben am Sonntag den Raid Day, wir haben heute ein neues Event, was startet. Es wurde ein Event angekündigt, was am Dienstag startet. Warum muss Najentik heute aber auch noch ankündigen, dass gefühlt in zwei Wochen ja auch ein Event startet und alles da. Wer soll sich denn das alles merken? Du machst jetzt, dass du halt was gemacht hast, dass du jetzt trotzdem noch, dass du wieder tausend Sachen an einem Tag hast und es dann trotzdem untergeht, weil es einfach zu viel ist. Daddy ist Najentik, ne? Holt beim Event adamante Zeit, verpasst es nach und erlebt gemeinsam weitere Kando-Abenteuer. Außerdem ist der 1.12. Der neue Monat ist da, wir brauchen ein neues Maskottchen. Ihr habt im Community-Tab fleißig abgestimmt, was von den krassen Raid-Bossen, egal ob Mega oder Legendär, euch am besten gefällt im Dezember und ihr habt einstimmig euch für Sekrom entschieden. Und deswegen ist das jetzt hier das Kanal-Maskottchen im Dezember, was uns immer mal begleitet. Also eigentlich bei der Raid-Mania, aber die gibt es ja nicht mehr. Und halt bei den Info-Videos, immer mal. So, wir sehen hier Kando-Pokémon. Das ist schön. Kando ist meine Lieblings-Generation. Trainer! Ach, wir lesen uns gar nicht durch, was da steht. Wir kommen direkt zu. Das Event adamante Zeit. Montag, der 11. Dezember. Heute ist der 1.12. Das heißt, in 10 Tagen findet dieses Event statt. Dazwischen haben wir noch ein Raid-Day, dazwischen haben wir noch ein anderes Event, dazwischen haben wir noch... Ach... So, am 11. Dezember bis 15. Dezember, Montag 10 Uhr startet's, Freitag am 15. 20 Uhr hört's auf, kommt das Adamante Zeit-Event. Besondere Pokémon. Die folgenden wilden Pokémon, die im Jahr 2016 häufiger erschienen sind, gehen in Pokémon-Groh zurück. Wulpix! Ich glaube, Wulpix ist das Pokémon, was ich in letzter Zeit am häufigsten gefangen habe. Da brauche ich kein Event für. Das sitzt gefühlt eh überall. Ich gucke in meinem Beutel nach dem Einkaufen, weil ich ja Scotcher immer klickern lasse. Überall ist Wulpix drin. Ponita, Krabbi, Woldobal. Krabbi, muss ich ehrlich sagen, der war selten, ja. Krabbi hatte ich nicht nirgendwo bekommen. Krabbi habe ich mir dann mal getauscht jetzt, weil mir der einfach gefehlt hat. Woldobal hast du jetzt trotzdem gut bekommen. Ponita, auch einiges. Also Krabbi ist für mich das seltenste von den vier Pokémon und auch das nützlichste. Kingler mit Krabhammer, das ist im Prinzip euer Ersatz-Kiogre, was ihr nehmen könnt, mit Wasserattacken, wenn ihr kein Kiogre habt. Event-Bonus, dreifache Fang-EP. Also wer da einfach fabelhafte Würfe beherrscht und dann immer da draufzimmer, der kann da richtig gut absahnen und EP machen. Von Montag, den 11. Dezember bis Freitag, den 15. Dezember. Diese vier Pokémon kehren zurück. Dreifache Fang-EP. Hä? Jetzt verarschen sie einen wieder. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Warum sind die denn besonders? Das hier ist doch auch alles Kanto. Die sind besonders und kehren zurück, obwohl drei von denen die ganze Zeit überall rumgesessen haben schon in den letzten Events. Aber insgesamt gibt es ja die alle. Bisa Sam, Glumanda, Shiggy, Wulpix, Mirapla, Ponita, Krabbi, Voldobald, Smogon, Rihon, Goldini. Mit etwas Glück Dratini. Die Starter sind auf jeden Fall immer cool, hatten ihre Sea Days, ihre Classics, sind und näher. Aber ihr könnt immer mal ein gutes Exemplar und Bonbons gebrauchen. Auch wegen den Mega-Entwicklungen noch dazu. Das ist ja kein Ding. Krabbi, habe ich schon gesagt, ist als Kingler natürlich sehr cool. Goldini, meiner Meinung nach auch mega selten. Damals gab es Goldini überall. Mittlerweile, wer neu angefangen hat, der wird sicherlich noch kein Goldini haben. Aber ist auch nutzlos. Rihon, ist auf jeden Fall krass. Rihon, Rihon, ja. Felswerfer, C-Day-Attacke, oh mein Gott. Das Ding muss man sich holen, das muss man richtig ausstatten. Das habt ihr auch jetzt, wenn ihr gegen Rihon kämpft. Ist Rihon ja auch einer der Top-Angreifer. Als Boden-Angreifer, aber ebenso auch als Gesteins-Angreifer. Dratini, sowieso immer cool. Dragoran, auch einfach starkes Drachen-Pokémon. Was jetzt auch gegen Rihon also effektiv ist. Nimmt man auch mit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es Kando ist. Ein Glückstausch. Das verstehe ich alles komplett nicht. Weil eigentlich garantierte Glücks-Trades außerhalb von Glücksfreunden waren doch immer so, dass wenn man ein Pokémon aus dem Jahr 2016 tauscht, der gegenüber aber insgesamt weniger als 10 Glücks-Pokémon überhaupt schon hatte, ist das dann so geworden. Jetzt hast du demjenigen, also der mit den alten Pokémon, hat dir die alten Gammel-Pokémon gegeben, die bei dir dann Lucky geworden sind, also die ganzen Kando-Pokémon, und er konnte im Gegenzug garantiert mit seinem 2016er Kando-Gammel-Pokémon bei dir was richtig Cooles abgreifen. Gibst du den Kaumalad und der gibt dir Pikachu von 2016, ist das Lucky geworden, der hat ein heftiges Kaumalad bekommen. Du halt nur ein lumpiges Pikachu. Und das war irgendwie Dinge aus 2016. Und dann aber auch nur, wenn der noch nicht insgesamt 10 Glücks-Pokémon schon hat und so Zeug. Jetzt steht hier irgendwas, dass er ein Limit war von 15, und dieses Limit von 15 ist auf 25 erhöht und reicht schon bis ins Jahr 2018 zurück. Und nicht mit, wenn wer was wie wo viel hat. Okay, das ist für mich alles neu. Das ging wohl alles an mir vorbei, dass es da heftige Änderungen gab. Aber das ist cool. Ich habe auf vielen kleinen Accounts auf jeden Fall noch Pokémon von 2016, 17, 18, wie auch immer. Irgendwann kommt die Aufgabe bei den Level-Ups, dass man 50 Glücks-Pokémon bekommen soll. Da kann ich mir dann das ganze alte Gesocks rübertauschen, was dann hoffentlich garantiert Lucky wird, um eben da bei der Aufgabe ein bisschen zu boosten. Ditto, wechsel dich. Ditto verwandelt sich in andere wilde Pokémon. Ditto, finde ich cool. Damals eingeführt, Thanksgiving-Event rum. Zeit, 2016, dann in Pokémon auch, wo wir in Jena waren. Das heftigste Event, by the way, kann Shiny sein, sieht auch als Shiny gut aus. Ditto-Verwandlungen. Ditto, also Miraplast, Morgon, Rihorn und Goldini können jetzt auch Ditto sein. Hast du so ein heftiges Rihorn vor dir, freust dich übelst, wird's ein Ditto. Genial. Raid-Kämpfe, Raids der Stufe 1. Sternlu, Ammonitas, Kabuto. Sind eigentlich alle auch nicht nützlich. Raids der Stufe 3. Charnera, Sichlor, Relaxo. Relaxo ist auf jeden Fall cool. Den als Shiny auch, als Arena-Verteidiger vielleicht. Sichlor. Xerox, Mega-Xerox ist nützlich. Würde ich aber nicht raiden. Charnera. Hytera als Arena-Verteidiger. Hey, die fetten sitzen im Dreier. Angeblich soll es ja jetzt nächsten Jahres dann ein Charnera-Sea-Day geben. Ob das stimmt, weiß man nicht. Ich würde an eurer Stelle aber jetzt nicht dafür raiden. Also die Raids werden für mich jetzt nicht so interessant. Wenn ich diese Trainer-Hoffnungs-Medaille pushen will, dann müsste ich von jedem einmal einen machen und dafür keine Regierahms und keine Sackraums machen. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich lieber trotzdem legendäre Raid, weil das wäre Spaß macht und das ihr auch mitmacht. Ich glaube nicht, dass wenn ich einen Sternlu-Raid poste in die Raid-Gruppe, dass dann da zehn Leute mitmachen und sich einladen lassen und dafür einen Fan-Raid-Pass ausgeben. Das ist schwierig. Holt mit der befristeten Forschung verpasstes nach. In dieser Jahreszeit ist ab diesem Event bis zum Ende des Jahres 23 eine befristete Forschung verfügbar, bei der sich alles um das Sammeln von EP und den Levelaufstieg dreht. Schließt die Forschungsaufgaben ab, indem ihr Level 10, 20, 30 und 40 erreicht und verdient bei jedem Meilenstein Items und Sternenstau. Wir können automatisch Belohnungen für einen Meilenstein beanspruchen, den ihr zu Beginn des Events bereits erreicht habt. Das ist gut. Wenn ihr also schon Level 50 seid, kriegt ihr einfach alles hinterhergeschmissen. Die läuft nicht unbegrenzt. Ihr müsst sie also vor dem 31. Dezember abgeschlossen haben. Aber toll. Neues Event. Gratis Forschung für die, die weit sind. Die kriegen gleich was hinterher. Die nicht so weit sind, haben vielleicht einen Ansporn, doch mal ein bisschen auf die EP zu achten. Die Level-Ups mit den Freunden vielleicht auch am Cedar immer zu machen zu Beginn und nicht einfach wahllos alles aufzureißen. EP sind eben gut. Hohes Level ist eben gut. Findet im Rahmen der befristeten Forschung neue Freunde. Während des Events läuft eine befristete Forschung. Schau wieder. Bei dieser befristeten Forschung steht die Suche nach neuen Freunden im Mittelpunkt. Also nicht das Sammeln von EP, sondern Freunde. Das sind zwei verschiedene. Schließt die Forschungsaufgaben ab, um EP, Staub und Hyperbälle zu erhalten. Die schmecken mir ganz gut, immer zum CD. Pokémon bei Feldforschungen. Lauter Kando-Zeugs wieder drin. Bisasam, Glumanda, Schigi, Wulpix, Abra, Macholo, Kleinstein, Ponita, Nebula, Krabbi, Woldopal. Starter haben wir schon gesagt. Abra ist auf jeden Fall auch cool. Mega Simsela gibt es ja auch. Macholo, Maschok, Machomai. Ist meine Nummer 1 eigentlich als Kampf-Pokémon, was man nimmt. Kleinstein zu Geowatz hat man früher genommen vielleicht auch als Bodenangreifer oder Gesteinsangreifer. Je nachdem. Jetzt gibt es halt bessere Alternativen. Nebulak, immer nice. Mega Gengar auf jeden Fall. Den Rest kennt ihr. Also da sind auch nochmal ein paar Schmangerl drin. Die Spezialforschung und zeitlose Reisen. Eine neue Spezialforschung ist verfügbar. Zwei Begrenzte. Befristete. Und eine Spezialforschung. Also das Event hat es wirklich in sich. Und das ist alles kostenlos. Nicht mit Ticket. Eine neue Spezialforschung ist verfügbar. Begebt euch in dieser Jahreszeit mit Professor Willow auf eine Forschungsexpedition und geht den Legenden der Hisui-Region auf den Grund. Perfekt. Pokestop-Showcases. Während des Events warten Showcases an verschiedenen Pokestops. Mit Krabbi, Wulpix, Ponita, Voltobal oder Ditto. Das ist auf jeden Fall eine große Auswahl. Es ist ja nur eine Woche. Ich glaube ja nicht, dass da jeden Tag ein anderes Pokémon ist. Vielleicht ist auch einfach einmal sieben Tage lang das. Vielleicht wechseln sie auch jeden Tag immer zu. Da müsst ihr mal gucken. Da bin ich interessiert, weil da brauche ich noch eine Platin-Medaille, um meine Level-Ups irgendwie hinzukriegen. Und das ist was, was man gut machen kann. Vor allem in ländlichen Regionen, wo nicht so viel los ist. In den Großstädten. Ich weiß, ist nix, aber ja. So, Bundle im Pokémon-Go-Web-Store. Lass mal weg. Event-Boxen lassen auch weg. Interessiert kein Schwein. Außer die Leute, die es sich kaufen. Aber seit der Main weg ist, kaufe ich nix mehr. Und deswegen gucke ich da nicht drauf. Das klingt auf jeden Fall für mich interessant. Nostalgie ist da. Kanto ist da. Da sind coole Pokémon dabei, auf jeden Fall. Da sind drei Forschungen dabei. Zwei befristete. Eine Spezialforschung. Da kommt, denke ich mal, etliches auf uns zu. Und das alles kostenlos. Und das alles ohne Ticket. Gefällt mir jetzt schon besser, als alles, was demnächst noch kommt. Weil das einfach mal chillig ist. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock? Schreibt's mal rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Aufnahme beenden.